so ein herzliches willkommen zurück zu train simulator 2022 denn ich spiel das wir werden in diesem zweiten teil das szenario klein aber fein weiterspielen von malte jensen und wir sind ja vorhin in köblitz stehen geblieben mit unser klar mit unserem kleinen sonderzug und ja klein ist in diesem fall wirklich wörtlich gemeint und bisher hat das szenario wirklich sehr sehr viel spaß gemacht muss ich wirklich sagen und wir werden nun im steuerwagen die fahrt nach altenburg bzw alter bahnhof fortsetzen und ja freue mich darauf was uns da so erwartet ja ich wünsche euch viel spaß beim ansehen und ihr habt viel spaß so wenn wir fortfahren gehen guten morgen kollege du bist im letzten teil von hausfeld nach köblitz gefahren hier in köblitz hast du nun kopf gemacht und befindest dich im steuerwagen dieser muss noch teils aufgerüstet werden und für die abfahrt vorbereitet werden in diesem teil fährst du von köblitz nach schwanstetten alter bahnhof unterwegs hält in köbler wald und bad ringenburg lasse nun erst mal die fahrgäste zusteigen abfahrt ist um 9 15 ja das ist ja nicht mal zu lang das heißt wir werden sie mal ein bisschen beeilen türen auf werden den fahrt richtungsverwender nach vorne fliegen die jetzt die aus die batterie an das motor werden wir gleich mal schauen ob der motor läuft das ist auf jeden fall pzb brauchen wir nicht das ist instrumentenbeleuchtung der motor scheint aus zu sein das heißt das werden wir auch noch lösen müssen der motor ist gestoppt das ist zu viel scheiße der motor wird gestartet ja das hört sich gut an gerade noch rechtzeitig so motor läuft dürfen wir doch eigentlich abfahren oder können ach die leistung natürlich haben wir sie haben wir sie haben wir sie haben wir sie hauptschalter nein die ein herr gott ist denn hier die leistung so jetzt aber na wunderbar endlich wir begrüßen auch die in köblet zugestiegenen fahrgäste in der museumsbahn nach schwanstetten an der bahnrufe mit unterwegs sein in den köblerwald und batterieter in köblerwald haben sie die möglichkeit zur museumsbahn nach schwanstetten zu steigen bitte machen sie auch das weiterhin die vielleicht zum tag einer medizinischen maske während der gesamten fahrt geht vielen dank dann gibt es noch ein bisschen ich bin ganz schön ohne einladung der fahrt ja mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind gerade die ganze Zeit ohne Motorleistung gefahren. Die Technik bei TS macht es möglich. So, 120 ist erlaubt. So, wir sind gerade die Technik bei TS. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, 120, ach, 80 So, und unseren ersten Halt haben wir damals auch gleich schon erreicht. Köblerwald So, und unseren ersten Halt Untertitelung des ZDF, 2020 So Leicht verschmutzt der Steuerwagen, aber naja, so ist das halt, ne? Ah, ein schicker Güterzug, geil! Ah, ein schicker Güterzug, geil! So, Ausfahrt! 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 Da fährt er hin, unser kleiner Sonderzug, auf dem Weg nach Bad Rinkenburg. Und allerlei Tiere melden sich auch zu Wort. Da fährt er hin. Da fährt er hin. Da fährt er hin. So, dann wollen wir mal ein bisschen Leistung aufschalten hier. Da fährt er hin. 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 Ah, was kommt das denn da entgegen? Sieht nach IC aus. Jawoll, so ist es auch. Jetzt am Steuerwagen. Wunderschön. Ich versuche, die Wie sieht nach ICI aus. Ewa, wie sieht nach ICI aus. Alles in den Tellen. Da fährt er hin. Da fährt er hin. Da fährt er hin. Wenn du den Falle in den Falle sind. Da fährt er hin. Da fährt er hin. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Bad Rinkenburg haben wir dann auch gleich erreicht. Wunderschön. Aber mit der Regulierung hier ist das noch ein bisschen so eine Sache für sich. Entweder zu wenig oder zu viel. Ich denke, das war so. So passt es glaube ich ganz gut. 95. 90. 90. 90. 90. 90. Untertitelung des ZDF, 2020 So... So... Tunnel voraus und kurz danach dann, beziehungsweise direkt danach, Bad Rindenburg. Sollen wir mal ein bisschen langsamer werden. So ein schöner ICE 2 habe ich jetzt nicht erkannt. Aber ich höre auf jeden Fall ansagen, das ist sehr schön. So... So, wenn wir uns hier mal ein wenig umsehen... Da oben steht unser Zug, Köbler Wald, Schwanstetten, Alter Bahnhof. Wunderschön. So, kurz nach uns kommt dann noch ein Regionalexpress über Schwanstetten, Burgmerzfeld nach Hochmerzburg. Aha. Falkenberg, Elster? Das glaube ich nicht. Das wäre ja wohl ein bisschen sehr weit, ne? Wo fährst du denn hin? Steht nichts dran. Und du? Das ist übrigens der Bahnhof Bad Rindenburg. Falls ihr den noch nicht kennt. Und... So, wir dürfen. Was für ein schönes Bild, oder? Was für ein schönes Bild. Schaut euch das an. Oh nein... Oh nein... So, wir werden den Abzweck nehmen, während der Zug da in einen der zahlreichen Tunnel hier verschwindet. So, 100. So, wir werden den Abzweck. So, wir werden den Abzweck nehmen. 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 So und im Innenraum dürfte sich ja auch nicht so viel verändert haben, genau. Schade, wenn man jetzt die Lok sehen würde, das wäre geil. Ja, da kann man sie erkennen, seht ihr sie? Da ganz deutlich. Wunderschön. Herrlich. Ah, das liebe ich. Das habe ich früher als Kind schon immer geliebt in den Endwagen. Man könnte sich so schön an die Scheibe legen, wenn man zum Beispiel ganz hinten oder ganz, also immer ganz hinten saß. Und dann durch so enge Kurven fährt, steile Kurven, immer schön den hinteren Teil oder den vorderen Teil vom Zug sehen. Es war wunderschön. Herrlich. So, fünf Kilometer noch. Also damals als Kind immer in den Urlaub nach Bayern gefahren, natürlich mit dem Zug selbstverständlich. Und von meinem Heimatort bis nach Essen Hauptbahnhof beziehungsweise auch nach Oberhausen fuhren die damals noch. Ah, Güterzug. Und, äh, da fuhren mal schön die 218 mit Silberling. Es war, habe ich mich jedes Jahr darauf gefreut, das war so geil. Es war wirklich saugeil. Und, äh, ja, schade, dass es die 218 nicht mehr gibt. Also zumindestens bei uns im Heimatort nicht mehr. Und, ähm, ja, fehlt sehr. Also muss ich wirklich sagen, 218 mit Silberling und überhaupt mit Endwagen. Einfach nur geil. Das ist das Schönste, was es gibt. So, da kommt unser Bahnhof, würde ich sagen. Da wird Kopf gemacht. Dann die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sieht nicht so aus, oder? Dann weiß es vielleicht doch besser, wenn ich noch ein bisschen langsamer werde. Nein, 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 nein. Vollbremse wollte ich nicht machen. Aber ein bisschen bremsen auf jeden Fall. Und auf 60. Gott, da mache ich nichts verkehrt mit. Na, 40 sogar. Siehst du wohl. Hört auf zu hupen. Maschinen verkehrt vorrang. Müsstet ihr in der Fahrschule gelernt haben. Hier geht es doch schon wieder bergab. So, dann werden wir jetzt gleich nochmal eine schöne, nette Ansage hören. Für kürzer erreichen wir dann unseren Endbahnhof Schwanstetten, alter Bahnhof. Dort haben Sie die Möglichkeit sich ein wenig zu stärken. Unser Zugpersonal wird dort einen kleinen Essensstand aufbauen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich die Umgebung ein wenig anzuschauen. Und sich vor allen Dingen unsere BR218 im Detail anzuschauen. Sie dürfen auch gerne einen Führerstand an einem Maschinenraum gehen. Gegen 12 Uhr geht es dann wieder zurück. Bitte beachten Sie auch, dass Sie dann rechtzeitig wieder am Zug sind. Und vielen Dank. Der Aufsteck ist sofort Richtung rechts. Ja, wunderschön. Dann wünsche ich all den Fahrgästen, die gleich die Gelegenheit haben, die 2018 sich mal im Detail anzusehen. Maschinenraum etc. Viel Spaß. Es ist mit Sicherheit eine sehr schöne Erfahrung, die man da macht. Und ja, ich kann mir das so schön vorstellen. Es ist schön am Knatschen und am Knitschen. So wie sich das gehört. Wenn wir mal geschmeidig in den Bahnhof einfahren. Beziehungsweise an dem Bahnsteig. Bahnhof kann man das hier kaum nennen. So. Wir werden die Türen öffnen. Und dann war es das mit diesem Szenario. Und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Wir hören uns dann morgen. Bzw. sie öffnet mich morgen. Wenn morgen alles gut geht, wird es morgen ein Live-Streaming geben. Welches Szenario ich da unter anderem fahren werde, weiß ich noch nicht. Werde ich auch noch nicht sagen. Und ja, ich sage dann mal bis morgen. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dennis Bieters. Macht's gut. Bye, bye. 1 Vielen Dank.